Hallo und Grüß Gott, mein Name ist Bernd Auer. Ich bin bei PD-Experts und wir beraten Firmen bei der Einführung und Verwendung von CRMs, insbesondere Pipedrive. Eine der häufigsten Fragen, die wir gestellt bekommen, ist, wie telefoniere ich eigentlich mit meinem Pipedrive aus dem CRM heraus? Die Telefonnummern sind ja dort, am liebsten wollen die Leute dann entweder das Handy oder per Klick telefonieren, aber wie geht das? Zu dem Zweck habe ich heute einen echten Experten zu Gast, das ist der Christoph Bünger von der Firma von Mondo. Hallo Christoph. Schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Vielen Dank fürs Interview. Gerne, gerne. Christoph, erzähl mal, wie telefonieren standen heute die meisten Firmen in Deutschland? Ja, heutzutage hat sich die Telefonie oder in den letzten ein, zwei Jahren sehr gewandelt mit der digitalen Telefonie, sage ich mal. Früher der Klassiker-ISDN-Anschluss und dann war ein Kabel, da stand eben ein Telefon auf dem Schreibtisch, aber auch mit der ISDN-Abschaltung, die ja nun auch den Wandel hervorgezwungen hat, haben sich halt ganz viele Firmen mit auseinandergesetzt mit, wie könnte man das modernisieren und eben anders und besser machen. Und so sind auch diese ganzen Internet-Online-Cloud-Telefonanlagen entstanden, die ja immer mehr auf dem Vormarsch sind. Und Software lässt sich natürlich hervorragend erweitern mit anderer Software und schon kommen wir ins Spiel. Christoph, du sagst ISDN-Abschaltung, wann ist denn tatsächlich soweit? Das war schon geplant für Ende letzten Jahres. Ich glaube, der aktuelle Termin, jetzt haben sie noch so ein paar Ausläufer, aber das ist wirklich ein total absteigendes, totes Ding. Früher gab es dann immer noch so Zwischenstecker, wo man das noch ein bisschen retten konnte. Das war dann wirklich für die Firmen, die sich da überhaupt nicht mit auseinandersetzen wollten. Aber jetzt ist nun wirklich vorbei. Also wer über ISDN telefoniert, soll sich wirklich dringendst schnellstens bei dir melden, gell? Dringendst, ja. Nämlich bei von Mundo. Was macht sie genau? Ja, von Mundo ist eine Zwischensoftware, eine reine Cloud-Software, die eine Telefonanlage mit verschiedenen anderen Software-Systemen verbindet. Das heißt, auf der einen Seite binden wir Telefonanlagen an, verschiedenste, also auch Cloud-Telefonanlagen, aber auch klassische vor Ort Telefonanlagen. Wir bekommen die Benachrichtigung, dass ein Telefon klingelt von der Telefonanlage. Und dann fangen wir an, diesen Anruf zu verarbeiten. Wer ruft da eigentlich an? Dann suchen wir in allen möglichen Datenquellen, wer mich da anruft. Das kann unter anderem auch ein Pipedrive sein. Zeigen wir dann mit an. Das machen wir nachher noch im Video, das sieht man ganz schön in der Demo. Sollten wir keine Kontakte finden, suchen wir auch in Online-Telefonbüchern oder auch es gibt so so Communities, die Spam-Nummern melden. Dann können wir einen Score mit anzeigen und dann sieht man schon gleich beim Klingeln, okay, das ist hundertprozentig ein Werbeanrufer, kann ich gleich wegdrücken. Und wenn wir den Anruf erstmal haben, können wir den eben auch an andere Systeme weitergeben, so dass wir in Pipedrive Aktivitäten hinzufügen können und eben da eine Verarbeitung auslösen können. Also verstehe ich das jetzt richtig? Von Mondo erkennt dann sowohl den Kontakt in Pipedrive als auch, wenn das jetzt eine Spam-Telefonnummer ist, gleichzeitig? Genau. Wenn wir die Pipedrive-Daten finden, dann zeigen wir die mit an und protokollieren das da auch mit drin. Aber wenn nicht, dann suchen wir eben schrittweise auch woanders. Okay, verstanden. Na spannend, bin sehr gespannt auf das Video nachher oder auf die Demo. Beginnen wir damit, wie man mit Pipedrive selber raus telefonieren kann als erstes, okay? Ja, gerne. Also eine Möglichkeit, die mir jetzt einfällt, ist Pipedrive selber bitte den Caller an. Kennst du den? Ja. Der ist im Hintergrund Twilio, amerikanische Firma, gell? Ja. Meine Information ist, dass Twilio in Deutschland manchmal gut funktioniert, manchmal nicht so gut. Hast du Erfahrungen mit Twilio? Twilio in der Telefonie selber nicht. Wir nutzen von denen in anderen Software-Systemen von uns mehrere APIs von denen, aber da hatten wir eigentlich keine technischen Probleme. Das lief ganz gut. Twilio ist ja in dem Pipedrive-Ekosystem eben auch eine Telefonanlage. Ja, also dann kann man eben die Telefonanlage Twilio direkt mit Pipedrive integrieren und das haben die eben selber programmiert da auch in Pipedrive. Von den Kosten her, weißt du, wie Twilio da ist jetzt? Ne, kann ich dir gar nicht sagen, weiß ich nicht. Ja, ich habe da mal nachgeschaut. Also meine, was ich gesehen habe, ist, dass es in Europa relativ teuer ist. Also bei Pipedrive muss man erstens die Professional-Lizenz haben, damit man damit telefonieren kann. Da sind, ich glaube, fünf Minuten oder so kostenlos dabei. Da zahlt man zusätzlich noch das Verbindungsentgelt und das ist in Deutschland nicht billig. Das ändert sich auch relativ oft, deswegen weiß ich das jetzt nicht auswendig. Ich lende nach irgendwo einen Link ein, wo wir das finden. Also das ist eine Möglichkeit, da hat man natürlich vollständig integriert in Pipedrive sowohl eingehende als auch ausgehende andere Protokolliert. Eigentlich eine super smarte Lösung. Ja, aber du müsstest halt deine vorhandene Telefonsysteme eben komplett da hin umswitchen und dann bist du eben an Twilio gebunden, nur damit du die Funktionalitäten für die Caller in Pipedrive hast. Da telefoniert man dann direkt über Voice over IP direkt am Computer ohne Festnetztelefon. Das muss man extra verbinden. Ja, genau. Und wir mit Fonmondo binden uns eben, da gibt es die Alternative-Einstellungen, dass man eben nicht den Caller haben muss in Pipedrive und die Telefonnummern eben anklickbar sind. Und dann öffnet sich Fonmondo und wir geben den Befehl zum Starten des Anrufs an die Telefonanlage weiter. Und da ist eben der Charme, egal welche Telefonanlage, weil wir die ganzen Anbindungen an die Telefonanlagen haben, ist es eigentlich egal. Und man ist eben nicht auf der Twilio angewiesen. Ja, verstanden. Okay, also das ist eine Möglichkeit, das kann man probieren. Wie gesagt, manche Kunden berichten mir, dass es gut funktioniert, manche Kunden berichten mir, dass es nicht so gut funktioniert. Von Preisen muss man schauen. Billig ist es, glaube ich, nicht. Das ist das eine. Das nächste, bevor wir jetzt zu Fonmondo genau kommen, man kann ja auch über das Telefon telefonieren, über das Handy und über das Android-Telefon, also über iPhone und Android funktioniert es. Hast du damit Erfahrungen? Also im Fonmondo-Umfeld können wir Mobiltelefone eben auch anbinden auf zwei Arten. Zum einen haben wir eine Android-App. Android eben uns auch tief genug in das System lässt, um eben auch für die Benachrichtigungen bei einem Anruf eine Benachrichtigung zu bekommen und die weiter zu verarbeiten. Oder aber auch über Playstyle oder Zipgate, weil die ja auch mobilen Nummern direkt einbinden und dann bekommen wir eben hintenrum die Benachrichtigungen und die Verarbeitung für die Anrufe. iPhone ist da etwas geschlossener. Die lassen uns da nicht ran. Da gibt es keine Abis. Wollen die auch nicht? Haben wir lange diskutiert und versucht. So ist das denn eben mit den iPhones. Wie es halt so ist. Das, was schon funktioniert, du hast ja diese Telefonfunktion über Windows eben oder über das iOS. Das funktioniert schon auch. Man klickt da drauf und dann verbindet man direkt sein Telefon. Der Achteil daran ist, es funktioniert halt mit deinem Mac-Computer nicht über Android. Genauso wenig wie bei einem Windows-Computer nicht über iPhone. Ja. Der Ahron funktioniert schon auch. Das ist halt für Einzelkämpfer sozusagen möglich. Das ist keine Firmen-Telefonanlage, sondern halt mehr oder weniger mit dem eigenen Telefon. Das wäre dann für das Starten, aber eben das Anrufe protokollieren und eingehende Anrufe anzeigen und sowas, das kriegst du darüber eben dann halt nicht hin. Das geht nicht. Da klickt man nur drauf, aber der Telefon wird getriggert am Telefon zumindest. Ja. Also das, was in dem Zusammenhang schon funktioniert, nehme ich über die App telefonieren. Also ich bin bei meinem Handy über die App schneller, wenn ich über Pipedrive telefoniere, als wenn ich in meiner Kontaktliste die Kontakte raussuche. Also das funktioniert schon auch noch ganz gut. Ist aber noch immer keine gescheite Telefonanlage. Okay. Reden wir über PhoneMundo. Ja, sehr gerne. Kannst du uns sagen, was ihr anbietet? Ja, gerne. Ich habe eine kleine Demo vorbereitet. Dafür habe ich mir vorhin einen ganz neuen PhoneMundo-Account. Der ist ja kostenlos erstmal für 30 Tage registriert. Und wir haben die Social-Logins alle mit implementiert. Das heißt, wenn ich mich registriere, ich kann es kurz zeigen, ich mache das mal jetzt präsentieren. Hier sehen wir das Portal von PhoneMundo. Das heißt, ich bin hier eingeloggt als Christoph Bünger. Was ich jetzt bei dem gemacht habe, ist, dass ich zum einen auf der einen Seite eben meinen Pipedrive verbunden habe. Das geht dann zu Pipedrive rüber, Autorisierung, ob ich auf die Kontakte und so weiter zugreifen darf. Und auf der anderen Seite habe ich eben meinen Placetail. Und damit habe ich eben die ganze Kette, eine Seite eine Telefonanlage verbunden und auf der anderen Seite meinen Pipedrive. Was funktioniert außer Placetail noch alles? Ein Zipgate haben wir direkt angebunden als Telefonanlage oder eben sonst klassisch TAPI-Treiber oder die Android-App. Das sind so die Telefonquellen. Ein Asterisk-Modul haben wir noch, ein Starface-Modul. Also da ist schon eine ganze Bandbreite. Alles können wir nicht, weil viele Telefonanlagen oder manche Telefonanlagenhersteller da auch keine offenen Schnittstellen haben für so Echtzeitbenachrichtigungen. Aber die Großen, die das auch unterstützen, die haben wir auch alle angebunden. Nach was sollten sich die Interessenten erkunden? Haben wir eine TAPI-Schnittstelle? Ist das die richtige Frage? Das ist immer das Einfachste. Entweder es gibt eine Echtzeitbenachrichtigungs-API, aber da können auch alle Telefonanlagenhersteller nichts mit anfangen. Oder aber eben eine TAPI-Treiber für die Telefonanlage. Haben Sie einen TAPI-Treiber? Haben Sie einen TAPI-Treiber. Gut. Genau. Alles klar. Nach dem Verbinden dieser Placetail und Pipedrive hat er auch alle Kontakte eben aus diesen beiden Systemen geholt. Und in regelmäßigen Abständen synchronisiert er die auch. Hier zum Beispiel habe ich jetzt so einen Test-Company angelegt in Pipedrive. Hier sieht man auch in Pipedrive öffnen. Das heißt, ich habe da auch wieder die Verbindung direkt zwischen den von Mondo und den Daten in Pipedrive. Hier habe ich mal eine Notiz angelegt zum Testen. Die wird dann hier auch noch mit angezeigt. Das sehen wir aber gleich bei einem Anruf auch noch. Die Deals werden angezeigt, eine Zusammenfassung aller Deals und auch die letzten Aktivitäten, was denn da gewesen ist. Das Schöne ist, ich mache jetzt mal einmal einen Test-Anruf. Also das ist meine Test-Nummer hier. Das heißt, wir sehen das auch gleich. Mein Telefon klingelt. Ich habe die Anrufbenachrichtigung. Du wirst jetzt sicher angerufen sozusagen. Genau, von meinem Handy. Das ist eben nicht mit von Mondo verbunden. Und mein Handy ist ein Kontakt in Pipedrive, der jetzt hier angezeigt wird. Genau, und das unten sehe ich schon in Pipedrive öffnen. Genau, in Pipedrive öffnen. Und diese Nummer, die jetzt angerufen hat, war ja ein, ein, ach so, der klingelt noch. Jetzt lege ich das mal auf. Was man auch sieht, jetzt hier schön in Echtzeit in Pipedrive. Ich habe hier aufgelegt auf meinem Handy, hier hat das jetzt als verpasst. Ich bin ja nicht rangegangen, zeige ich dir das an. Hat 34 Sekunden geklingelt. Der Anrufer war Scarbex Software, also hier mein Christoph-Test-Account. Und auf welcher Leitung hat der angerufen. Und habe hier sogar auch noch wieder die Verbindung zurück in Fonmondo, dass wirklich diese beiden Systeme da eins zu eins zusammenarbeiten. Was passiert, wenn du dran gehst, wenn du abhebst? Dann würde er den eben mit Dauer hier protokollieren. Während der aktiv ist, steht hier aktiv. Und am Ende die Dauer würde er dann da auch mit protokollieren. Blöde Frage jetzt, aber kann ich irgendwo nebenbei Gesprächsnotizen schon nehmen, oder mache ich das danach? Kannst du danach machen, aber auch in Fonmondo haben wir auch intern hier Notizfelder, was auch in der Benachrichtigung eben angezeigt wurde. Notiz hinzufügen, dann kannst du dir da auch schon die Gesprächsnotizen erfassen. Also während des Gesprächs geht das? Während des Gesprächs, ja. Das ist wichtig, ja. Und was du eben hier auch hast, ist diese Anrufhistorie von einzelnen Kontakten oder eben auch die Historie aller Anrufe. Gut, das ist jetzt immer der gleiche, weil ich jetzt heute Morgen zum Testen da ein paar Mal angerufen hatte. Und weil wir alle Anrufe jetzt haben, können wir eben auch diese Berichte erstellen über die Telefonie. Das heißt, es gibt zwei schöne Fälle. Ich habe eine Bestellhotline und kann jetzt über die Berichte herausfinden, wie viele Kunden kommen denn gar nicht durch. Wenn ich eine Bestellhotline habe und da sind 25 Prozent aller Anrufe, können wir gar nicht annehmen, weil wir das eben nicht schaffen, die anzunehmen, sieht man das hier sehr, sehr schnell. Oder eben auch ausgehend Vertriebler oder sowas wie, wie effektiv kommen die eigentlich durch. Ich werde gerade, das kann man auch sehr schön dann auch, wenn man es möchte, direkt auch in Pipelife abbilden durch die Benennung. Ich brauche nur noch den Aktivitätenfiltern, die ein Telefonat sind und die im Klammer daneben verpasst stehen haben. Also das kriege ich dort auch hin, doch dank deiner Anbindung. Genau, das könntest du also in Pipelife dir deine Berichte eben selber zusammenbauen, wenn du da sehr fit bist oder nimmst in unsere vordefinierten. Wenn jemand nicht fit ist, pd-experts.com. Entschuldigung. Ja, kein Problem. Auch interessant eben so geografisch, wo auf der Welt telefoniere ich denn und wo kommen die Anrufer her und wo rufen wir denn so an. Das ist jetzt für eingehende Telefonate, also das ist jetzt auch, hätte ich jetzt von meinem Festnetztelefon, also von meiner Playcell-Leitung einen anderen angerufen, der ein Pipedrive-Kontakt oder Company hier wäre, würde das mit der Protokollierung hier genauso funktionieren. Und die zweite große Funktionalität hier für Pipedrive ist eben das Anrufen. Das heißt, hier ist, eigentlich ist das belegt mit Calling-App, aber, bevor man nur sich da eben einklingt, geht von Mondo auf. Und ich kann jetzt sagen, okay, mit welchem Telefon soll er denn jetzt hier anrufen? Also ich kann mehrere Telefonnummer sozusagen hinterlegen? Genau, alle, die du in Playcell hinterlegt hast. Und kannst dann sagen, okay, das ist jetzt hier mein Tischtelefon. Und wenn ich jetzt auf Anruf starten klicke, dann geht das Gespräch los mit meinem Tischtelefon. Ich habe gerade einen Kunden gehabt, der sehr regional telefonieren möchte. Der sagt, der braucht eine in meinem Fall jetzt 0931-Vorwahlnummer für Würzburg, damit er halt die Franken ansprechen kann. Und der hätte dann gerne in Hamburg eine ganz andere Vorwahl. So was geht dann? In Playcell ja. Ich meine, in Deutschland ist ja die Adressverifizierung für lokale Rufnummern. Aber solange er dort Verifizierungsdokumente einreichen kann, die belegen, dass er einen örtlichen Bezug eben zu Hamburg hat, dann kriegt er auch eben Hamburger Nummern oder wo auch immer er sie haben möchte. Verstanden. Sehr praktisch. Okay. Genau. Und das macht eben im täglichen, ich meine, wenn du solche Telefonnummern eben immer abtippen willst auf den Tischtelefon und du telefonierst 30 Mal am Tag, dann kannst du ja schon ausrechnen, wie viel Zeit da verloren geht. Und was ich eben total spannend finde, ist eben auch beim Anrufen, dass du sofort siehst, wer das ist. Du musst nicht rangehen und sagen, wie war ihr Name nochmal, wie war irgendwas und dann fängst du an zu suchen und so. Was wir auch mithaben ist, Pipedrive ist ja nur eine unserer Integrationen. Ein spannendes Add-on ist auch für eine Zahnarztpraxis-Software. Okay. Das heißt, du rufst bei deinem Zahnarzt an und die sagen, ah, schönen guten Tag, Herr Auer, Sie rufen an, wir geben Termin morgen. Ja, und ich kann vielleicht gar nicht meinen Namen sagen, weil ich so eine geschwollene Backe habe. Ja, aber die sehen es eben sofort. Und sonst ist es ja immer, ach, geben Sie mal ihr Geburtsdatum, ich finde sie gerade nicht und hin und her. Und wenn du das bei Zahnarztpraxen eben zusammenzählst, ich meine, wie viele Anrufe die am Tag kriegen und sparst bei jedem 30 Sekunden, weil du das eben nicht suchen und fragen musst, hast du schon eine Effektivitätssteigerung ohne Ende. Und auch eins noch ist Shopware, haben wir auch. Bist du Online-Shop-Betreiber, ruft dich einer an und du sagst, ah, Herr Auer, Sie rufen an wegen Ihrem Paket, das ist heute Morgen abgeschickt, ohne dass du überhaupt einen guten Tag gesagt hast. Das ist, genau damit verblüffen wir immer wieder unsere Leute, unsere potenziellen Kunden. Füllen die ein Webformular aus, geben dort die Telefonnummer an und dann passiert es regelmäßig, dass sie zwei Stunden später aus irgendeinem Grund anrufen und ich sage dann, hallo, Herr Müller. Und der wundert sich, ha, Sie wissen schon meine Namen. Ja, ich habe ein gutes CRM. Ganz einfach. Sehr einfach ist das. Und das sieht man aber auch im Laufe der Zeit, wie sich das verändert hat. Also von Mondo haben wir angefangen, ich glaube, Soft Launch 2016 oder so und wenn wir da die Leute beim Klingeln mit Namen begrüßt haben, das war noch so, huch, aber inzwischen ist das schon relativ gang und gäbe, also wir sind nicht mehr ganz so erstaunt. Ja, ich sage, als Kunde kann ich mir das heutzutage fast erwarten. Das ist ja dieser kleine Vorsprung vom Mitbewerb, den ich dann halt habe, wenn ich solche Sachen beherrsche. Ja. Also man muss ja egal wen in der Firma anrufen können und der sagt dann möglicherweise, hallo, Herr Müller, der weiß, ah, Ihren Ansprechpartner ist der Norbert Huber, ich verbinde sie. Genau. Das darf man sich heutzutage erwarten. Das kann man machen. Der Norbert Huber, ne? Wie es dir geht, aber was ich immer noch denke, ist, wir versuchen ja auch immer unsere Partnerschaften zu erweitern und sowas. Stell dir vor, du rufst bei deinem Lieblingslieferdienst an und der sagt, ja, schönen guten Tag, Herr Auer, das gleiche wie letzte Woche. Ja, alles klar. Das ärgert mich immer. Ich weiß, ich habe meinen Lieblingslieferdienst und die fragen mich jedes Mal das Gleiche nach der Adresse und so. Du musst erzählen, ich hätte gerne die Pizza mit Ananas und ohne Anchovies. Jedes Mal das Gleiche erzählen. Jedes Mal das Gleiche. Und jedes Mal wieder die Adresse und wo unser Haus ist und so. Meistens auch noch der gleichen Person, aber das ist wieder ein bisschen. Ich bin natürlich besser, wenn ich das verstehe. Ja, das ist einfach. Gut telefonieren ist auf jeden Fall wichtig. Ein Thema noch. Du hast früher gesagt, diese Festnetztelefone. Auch da wieder, ihr bietet es auch die Dienstleistung an, dass man die Festnetztelefone Internet-fit macht sozusagen. Ja gut, die Telefonie ist ja für Fonmondo ausgelagert auf die Telefonanlage. Und was die Telefonanlage nachher an Festnetztelefonen oder Mobilgeräten, ob die das auch mit integrieren oder so. Ihr schaut euch das zumindest einmal an, ob ihr das könnt. Ja. Aber das ist eben für uns als CRM-Partner eins der Dinge, da sage ich, ich will mich damit nicht beschäftigen. Wir können uns da nicht auch einarbeiten, weil es da so unterschiedliche Komplexitäten gibt. Also wir haben das mit zwei, drei unserer Schützlinge gemacht. Wir haben es immer hingekriegt, aber es war immer ein unglaublicher Kampf damit. Also da sind wir sehr froh, dass wir euch als Partner gewonnen haben, dass wir das jetzt auch als unseren Schützlingen anbieten können. Ja, sehr gerne. Und wir freuen uns, einen starken Pipeline-Partner gefunden zu haben mit euch. Wir werden unser Bestes tun. Von den Kosten her, da müssen wir auch noch kurz sprechen. Mit was muss ich da rechnen? Fonmondo ist ja eine reine Cloud-Software und wir haben das im Abonnement. Das günstigste Abonnement bei dem Jahresabschluss sind 14,90 Euro plus Mehrwertsteuer. Da sind enthalten fünf Leitungen in Fonmondo und zwei Benutzer. Und dann gibt es so Staffelpreise nach oben mit fünf Benutzern, zehn bis hunderte. Das schreckt mich jetzt gar nicht. Dann wird es dann auch günstiger nachher. Ja, ich kenne andere Marktbegleiter, die sind dann deutlich teurer auch. Also sehr fair kommt mir das vor. Und dazu muss man dann auch noch rechnen, die normalen Gebühren für die Telefonie über Zipgate, Playstell oder was auch immer. Genau, also die Telefonkosten, das macht die Telefonanlage und auch auf der anderen Seite eben ein Pipedrive-Abo ist da eben nicht mit drin. Aber was wir eben haben, diese Add-on-Kosten. Also du musst nicht bei uns in Fonmondo denn noch ein extra Gebühr für deine Pipedrive-Anbindung bezahlen oder für irgendwas anderes. Sondern wir kennen nur 30 Tage kostenlos und das kannst du dann auch kostenlos weiter nutzen. Das ist dann eingeschränkt und ein paar Add-ons sind dann eben nicht mit drin. Und dann gibt es einen Professional und da ist eben alles drin. Der Flatrate, die ganzen Add-ons, Anrufhistorie für immer, Kontakte unlimitiert und so weiter. Passt. Das werden wir uns im Detail anschauen. Wenn wir hier haben, dann wissen wir, wo wir dich finden. Wenn Sie Fragen haben, gerne an Fonmondo direkt. Ihr Kontaktdaten blende ich noch ein oder pd-experts.com. Christoph, vielen Dank für deinen Besuch. Super spannendes Thema. Ich freue mich auf viele gemeinsame Leute, die mit uns telefonieren. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Bernd. Danke dir. Ciao. Ja, tschüss.